Ihr Mann ist gar nicht mehr bei Ihnen zu Hause, stimmt's? Von Lernus, Ihr Schweigen bringt uns nicht weiter. Komm, Julian, vielleicht können Sie Stiefs von Jens weiterhelfen. Nein! Jens dürfen Sie nicht befragen. Jens hat viel schlimmere Stimmungsphasen als mein Mann. Nicht umsonst ist er in einer Nervenklinik untergebracht. Wenn Sie ihn jetzt mit Fragen zu seinem Vater belasten, könnte dies tödlich für ihn sein. Dann sagen Sie uns endlich, wo Ihr Mann ist. Kein Scherz. Hab ich schon scheiße gesagt? Ja. Scheiße. Hast Du mit ihm darüber gesprochen? Ich weiß echt nicht, was ich tun soll. Hey, was ist los da? Wir kommen gleich zu euch. Das ist schon hart. Was? Na, dass du so ein Dorfmädel bist. Die Frau, du gett a hold of. Ich habe das, dann. Ich habe das, dann.